So, herzlich willkommen hier auf unserem kleinen Ausflug, der Gruppe Schottertag. Wir befinden uns gerade auf der Autobahn Richtung Österreich. Wo ist Österreich? Österreich liegt an Bayern. Glaube ich mal. Also, mir passieren jetzt gerade die Grenze von Deutschland nach Polen. Fast. Das sollt ihr zahlen, gell? Was will ich, Polen? Einmal noch einen Blick nach hinten. Hier, gib mir nicht jemand raus, okay? Einmal lächeln fürs Modeln. Hey. Hey. Verhorschläge. Einmal grenzen. Haha. Okay. Also. Mal gucken, ob man da noch irgendwo den Grenzübergang sieht, dass die mir das auch glauben. Das war gut. Guck mal. Das ist die Dramaturgie-Redbringer. Okay, okay. Das geht's mal. Auf geht's. Das musst du ein bisschen lauter machen, dass wir sagen. Mir ist dein Vater. Ich bin dein Vater. Los, Kaiwalk. Komm zu uns jetzt du weiter. Wir fahren schon den Kollegen zu. Ich hab Scheiß. Das ist die wie überall. Das will doch keiner hören. Okay, das geht noch. Tollabene noch. Ja. 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 Ich hab ihn mit meinem Hohen. Ich hab ihn mit dem Hohen. Meine Damen und Herren, ich geh ja schon weg. Hat jeder sein Affe? Guck mal! Ich denke, magst du noch ein bisschen mit den Hoboschenkel gehen? Ja! Ja! 3 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 9 10 10 15 15 16 16